Live-Stage, SRF Radio Hall. Schön sind ihr bei uns im Sounds. Herzlich Willkommen. Im Rahmen des Schweizer Musik-Tages bringen wir euch heute Abend einen Live-Ausschnitt aus dem Schweizer Musik schaffen. Sehr schön habt ihr ein offenes Ohr zum neuen Musik entdecken und viel neuer geht es nicht. Die ersten, die kommen, Sirens of Lesbos, bringen morgen offiziell ihr zweites Album «Peace» heraus. Sie vertonen das so ultra smooth, wie wir alle das Gewicht der Welt mit uns herumtragen. Eine betörende Leichtigkeit steckt in dem Sound, ist gleichzeitig intellektuell. Sie verweben Musikgeschichte mit einem Sound der Zukunft. Herzlich Willkommen zum Sound Showcase. Das sind «Sirens of Lesbos». Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020